Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge Thief Simulator. Wir gehen heute mal wieder in die Villa, ich bin mal gespannt, ob wir dieses Mal weiterkommen. Erstmal Schloss knacken. Und... Yes! Oh, genau als der Wachdienster lang läuft. Na gut, dann kriege ich mich die Bewohnerroutine, das ist gut. Ja, ja, geh weiter, hier gibt's, es gibt nichts zu sehen. Das Tor, keine Ahnung, wieso das auf ist, ich weiß es nicht. Irgendwie so ganz von alleine. Tschüss! So. Okay, zieht uns nicht. Uhaha! Er könnte uns sehen. Oh, 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 oh! Shit, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ach, Mann! Mann, wir waren einfach zu laut. Okay, nochmal. Uh. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt habe ich es, ich habe es im Urin, sagt man doch. Bisschen lang, da lang. Jetzt wird es gut, jetzt wird es richtig gut. Zack, Schloss knacken hat schon super flüssig geklappt. Ist okay. Wir schwinden hinter der Garage. Ist okay. Jetzt wird es leiser als vorher. So geht es ja nicht weiter. Jetzt hört uns kein Mensch. Willkommen. Ist das wieder so eine komplett leere Kommode? Ja. Kann nicht viel gucken. Das hier ist wichtig. Das. 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 mal schauen was wir hier noch finden haben sie einfach zu schwer ich habe den bewohner wieder nicht mehr keine Ahnung will ich nicht aufhalten gut gut sehr cool Ich habe die Routine wieder. Da gibt es nichts. Da gibt es nichts. Ich habe die Routine wieder. Ich habe die Routine wieder. Oh mein Gott, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh mein Gott, das war so knapp. Da unten ist der Bewohner drin. So ungünstig. Oh, was ist denn das für ein Kopf? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann nur da raus hier. Raus hier. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Alles klar. Da ist es jetzt nur noch entkommen. Ich kann nicht durch. Was ist denn das? Bild mit? Dann können wir die noch ein bisschen ziehen. Ich sehe leider nicht, wo die Leute sind. nicht ein Problem. Warum die... Da ist einer. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. nichts gesehen. Guck in andere Richtung, Typ. Geh dich um. Oh man. Oh, 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 oh. Zield' eh hier. Zield' eh hier. Oh, na. Ach Maaaaaanaannnn. Also wieder hinter der Garage lang. Wir schleichen uns hier hoch, ernst auf entspannt, hin, 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 hin. Signalkopierer hier mitnehmen. Zur Schluss hat er das Signal schon kopiert. Ich habe das jetzt, weil es kühlt. Jetzt leuchtet Dauer. Zweck. Er muss... Nein! Fug! Nein! Nein, 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 nein! Versteck mich! Es gibt hier einfach keine Verstecke. Es gibt hier einfach keine Verstecke. Es ist so mies! Ich suche gerade nicht in meiner Nähe. Gar nicht. Vielleicht habe ich Glück. Sie ziehen schon wieder ab. Sie ziehen schon wieder ab hier. Toll, jetzt sind wir in die Karre gefahren oder was? Kaliberträger, Übertrag, Dienstungs, ist immer noch grün am linken. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe, aber irgendwas habe ich gemacht. Das Kabel. Das Kabel. Das Kabel. Und... Es ist so schwer zu erkennen. Ich glaube, das Kabel. Ja. Ich glaube, das Kabel. Ja. Der Kabel nach vorne hier. Sichtbereich. Einen Sichtbereich. Erstmal in Sicherheit. Jetzt bitte nicht erwischen beim Twister knacken. Ich hoffe, es geht so. Ja. Sehr gut. Hey. Jetzt wird es lustig. Schande, das Ding fährt überhaupt nicht um die Kurve. Wir werden gesehen, wir werden gesehen, wir werden gesehen. Wir sind weg. Wir sind weg, wir sind weg. Alter, das Ding fährt überhaupt kein Stück um die Kurve. Wir haben das Auto. Ah. Geil. Richtig viele Punkte. Okay, Heimlichkeit darf nicht ganz hingehauen. Aber... So, ist die Karre eigentlich fertig ausgeschlachtet? Ne, ich glaube noch nicht. Die ist noch nicht fertig ausgeschlachtet. Aber wir haben... Wo ist unser Auto? Das ist nicht das Auto, das ich haben will. Das habe ich auch geklaut, aber ich will das andere. Das ist mein Auto. Ich habe das Auto ehrlich geklaut. Ich möchte es haben. Ist es vielleicht im Versteck? Ist mehr Platz? Ich sehe hier das Auto auch nicht. Hm. Wie auch immer, wenn ihr wissen wollt, wo das Auto hin ist. Wenn ihr wissen wollt, wie erfolgreich der Diebstahl war. Wenn ihr wissen wollt, ob ich noch mehr aus dieser Villa raushole. Dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein beim Thief Simulator. Ich bin für heute raus. Euer Klaus. Ach ne. Euer Rusch. Ciao.